Was geht, was geht, Boys und Girls? Willkommen zu dem qualitativsten, besten YouTube-Kanal Deutschlands. Es reicht! Es reicht! Ich muss selber lachen. Schnappt euch eine Flasche Wasser, denn heute wird's richtig wild, denn ich zeige euch eine geheime Unterwasserkiste, die 99% von euch nicht kennen. Ich verlasse jetzt diesen Raum und komme nie wieder zurück. Meine heutige Aufgabe wird sein, ich darf nur diese eine Kiste looten und nur mit der Waffe spielen, die da rauskommt. Ich darf sie natürlich upgraden und muss einen epischen Sieg holen. Ja, und Heilung darf ich natürlich auch benutzen. Und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn du der besten Gang auf YouTube beitreten willst, dann like das Video, abonnier den Kanal, aktivier die Glocke und dir wird's besser gehen. Vertrau mir. Ach so! Leute, es ist wieder so weit. Mein Partner Lootboy hat wieder die krasse Bugs-Bugs-Bugs-Aktion am Start. Hier habt ihr die Chance, 13.500 W-Bugs zu gewinnen, das Psycho-Bundle und das Last Love-Bundle. Und wenn du dir jetzt das 10er-Bundle holst, dann kriegst du nicht nur jede Menge PC-Vollversionen W-Bugs, sondern auch ein Premium-Loot-Bag obendrauf, wo zu 100% garantierte W-Bugs drin sind. Das krasse an der Sache ist, ihr könnt euch das Ganze rein theoretisch auch kostenlos in der Schatzkammer holen. Dort könnt ihr ein paar Spiele downloaden und dann könnt ihr direkt mit den Packs anfangen. Ihr kennt mich, ich hatte leider sehr, sehr wenig Zeit, das zu machen. Deswegen mache ich das Ganze jetzt mit Echtgeld und ich würde sagen, los geht's. Und ganz wichtig, die Aktion beginnt ab jetzt und endet sogar heute um 23.59 Uhr. Deswegen hol dir jetzt das 10er-Bundle und ich würde sagen, ich fange mal an mit. Und in dem ersten Pack haben wir eine PC-Vollversion. Machen wir direkt weiter mit dem nächsten Pack. Nein, du verarschst mich. Einfach das Last Love-Bundle-Pack, alter, krass. Wie viel Luck muss man haben, ey? Und das letzte Pack vor dem Premium-Pack. Noch mehr PC-Vollversionen, krank. So, und hier im Inventar ist mein Premium-Loot-Pack. Und wir schauen mal, wie viel W-Bugs wir drin haben. Und? Ja, Digga, 5 Euro W-Bugs. Krank, alter. Und obendrauf hat der Ehrenbruder Loot-Boy noch was ganz Krasses für euch. Denn ihr habt im Weekend Premium-Loot-Pack die Chance ganz exklusiv auf eine PS5. Und das Ganze geht sogar bis zum 21.3. Das allerbeste Banana-Gang mit dem Code Season6-Brexit. Kriegt ihr 5 Diamanten und 2000 Loot-Coins obendrauf. Also, worauf wartest du? Klick jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung und hol dir deine Bugs ab. Aha, ein Fußball-Skin. Knie dich vor mir nieder. Nö. Ich hab gesagt, kn... Ey, Junge, 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 was glaubst du, wer du bist, Junge? Leute, ich sag mal so, wie es ist, ne? Diese Kiste kennt nicht jeder. Und sie ist auch unter Wasser. Ey, hoffentlich ist da was drin. Ist sie da? Ist sie da? Ja! Ja, sie ist da. Und mit dieser Kiste müssen wir jetzt gewinnen. Komm schon, bitte irgendwas Geiles. Lass mich nicht hängen. Komm. Ah, schade, Mann. So, auf geht's. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Nein. Braxis ist da. Ist hier oben jemand? Jo, was geht ab, Besucher? Hast du jemanden gesehen? Hallo? 2.000 Jahre später. Oh mein Gott, endlich ein Gegner. Ja! Jetzt zeige ich dir, wer der Babo ist, Junge. Komm her. Braxis ist da. Hände hoch. Sie sind voll auf... Ja! Ah! Das ist festgenommen. Junge! Junge, wie viel Leben hast du? Jakob on 144 Hertz. Ja, du bist es, Bruder. Eigentlich will ich dich nicht beleidigen, du kleiner... Brandgefährlich. Ja, okay. Ich habe ihn doch vielleicht aus Versehen beleidigt. Aber ich wollte es nicht. Lüge! Warte mal, wo ist die Kiste? Nein! Die muss doch jetzt rennen, dann. Laber nicht. Nein, nein. Die ist doch... Die ist doch dahinter, oder nicht? Bitte sag, hier ist keine Kiste. Nein, hier ist keine Kiste. Guck mal, wo bist du? Gott sei Dank ist hier eine. Ich habe gefühlt 20 Mal die Runde neu gestartet. Bitte, Mann. Eine goldene Skarfe. Nicht mach ich glatze. Goldene Skarfe. Nicht mach ich glatze. Das, liebe Fische, war es an der Stelle komplett... Äh, ja, also ich habe ja... Also ich habe nicht gesagt, dass das ab heute gilt. Und eine Frechheit ist das. Oh, da fightet jemand. Guck mal, da sind die. Da muss ich jetzt hin. Warte mal, wie komme ich da jetzt runter? Wie komme ich da jetzt runter? Nein! Hä? Soll ich da reinspringen? Schaffe ich das? Na, ich bin doch nicht lebensmüde, Bruder. Oh, nein, 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 nein. Okay, okay. Ich bin bereit. Ich bin bereit! Let's go! Schönen guten Tag, Braxis ist es hier. Einmal bitte die Tür aufmachen. Wo seid ihr? Hä? Oh, ich höre sie. Moin, Meister. Oh! Äh! Hat er mich gesehen? Ich sehe gar nichts. Okay, let's go, let's go! Da, 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 da! Wow! Benny, wo? Oh, Spaß! Schill, 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 schill! Pause, Pause, lass Pause machen! Jungs, Pause! Drückt einer auf Pause! Hallo! Nein! Macht mal Pause kurz! Drückt mal bitte auf Pause! Start! Drückt mal Start einer! Schnell, schnell, schnell! Oh nein, die werden mich auseinander nehmen! Benny, du kriegst das direkt! Ja! Ich hau ab, ich hau ab! Der kommt, der kommt, der kommt! Oh mein Gott, nein! Scheiße! Zu, 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 zu! Das war doch nur Spaß, Mann! Chill mal kurz, lass mal drüber reden, okay? Ich hab die verarscht, die denken, ich will mit denen reden! Ich will gar nicht mit denen reden! Der holt ihn wieder! Nein! Aufmachen! Okay, easy! Easy! Luca Hoffmann! Bruder, wolltest du nicht noch deine Telefonnummer reinschreiben und deine Adresse? Was? Save's car, sonst macht Wannabe eine Glatze! Maschallah! Sorry, Wannabe, ich glaub, du musst eine Glatze machen! Like das Video, wenn du willst, dass Wannabe sich eine Glatze schneidet! Spaß, ich hab das nur gesagt, weil ich leid geil bin! Oh, hier ist einer! Okay, einen hab ich! Markus, nur! Markus! Warte, warte, chill, chill! So, du willst Ärger? Komm her! Warte! 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 Jetzt, komm her! Komm her! Oh! Easy! Oh mein Gott, war das easy! Alter, war das leicht, ey! Nein, Spaß, ich bin fast gestorben! Aber das wissen die ja nicht! Oder die gucken mir zu! Scheiße, die wissen das! Ganz entspannter Hase! Hallo? Jo, was geht's hier? Lass mich! Lass mich durch! Lass mich durch! Lass mich durch, Bruder! Ciao! Ich muss hier weg! Wir sehen uns! Hau rein! Auf Wieder niemals sehen! Warte mal, das klingt doch auch irgendwie anders! Lass es! Irgendwie sagt mein Bananensinn, dass hier gerade irgendwo einer ist! Oh! Da war ne Nate! Hallo! Kommt raus! Ich rieche euch! I can smell you! Ich hab's gesagt! Das sind Nosekins, ne? Ja, das sind Nosekins! Komm her! Ihr süßen Nosekins! Ich muss euch leider töten! Das ist kein Nosekin! Oh! Oh, chill mal, Bruder! Heute aggressiv unterwegs, ne? Komm her! Aua! Oh! Brexit ist sauer! Komm her! Bleib stehen! Dich zerhack ich jetzt! Nein! Oh, wie süß! Nein! Oh, nein! Es tut mir leid, Mann! Nein! Sorry, Leute! Was machst du denn hier? Was machen Sachen? Zack! Es tut mir doch so leid! Girl, ich würde alles tun, dass du mir verzeihst! Girl, ich mach es wieder! Halt dein Maul! Jungs, ob ihr es mir glaubt oder nicht, ne? Ich glaube, mein Nachbar hat gerade gesagt, halt die Schnauze! Warte mal, hier ist einer! Was macht ihr denn da? Heute wird niemand zurückgeholt! Alter, was hattet ihr denn hier? Ciao, Bruder! Was hattet ihr denn vor? Die feiten da unten, guckt mal! Ey! Scheiße! Let's go! Oh! Ich bin was gestorben! Ey, wenn ich heute einen Fallschaden sterbe, ne? Was geht? Yo! Yo, 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 yo! Wer ist das denn? Nein, 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 Kollege! Heute nicht! Wer ist denn das hinter mir jetzt? Yo! Was geht ab hier? Ich verstehe gar nichts mehr! Wer bist du denn? Oh! Oh! Nein, 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 nein! Wow! Ihr seid ja alle richtig gut drauf heute! Nein, 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 ich bin aufgeregt! Nein, nein, du musst trinken! Nein, bitte lass mich! Bitte! So, ich denke dir, ich habe Angst vor euch! Komm her! Jetzt reicht's mir! Komm her! So! Siehste? Siehste, mein Lieber? Was willst du hier? Oh, 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 oh! Das war Spaß! Chill! Ha! Zeig! Denkst du, ich mache Spaß mit dir, oder was? Moin, Leute! Try me to see you! Hi! So! Komm her! Komm jetzt sofort her! Sag mir sofort, wo deine Leute sind! Ansonsten werde ich hier richtig grimmig! Und wenn ich grimmig werde, dann werde ich richtig grimmig! Da ist er! So, habt ihr nochmal Glück gehabt, ne, ihr beide? So, ihr könnt in die nächste Runde gehen! Wer schießt denn da? Wow, wow, wow! Bruder! What's poppin' in the mob in shopping, copping? Was, Bruder? Mein Englisch, very good! Chill, one moment, please! I'm coming for you! Oh! Yo! Yo! Oh, ich... Ey, ich bin gleich richtig sauer, ne? Wenn jetzt noch einer auf mich schießt, dann werde ich richtig sauer hier! So! Reicht jetzt... Was machst du denn da? Yo! Aua! Aua! Rex ist... Wird... No, echt noch nicht sauer! Ich werde noch nicht sauer! Digga! Bruder, reicht! Chalas ist okay, ich hab's verstanden! Ey, da ist eine Banane! Ich werde dich beschützen! Hey, Banani, was geht? Ich bin dein Freund! Hier, komm her! Guck mal, wie süß! Digga, wir sind eine Bananagang! Leute, wenn ihr Bananen seht, dann müsst ihr zusammenhalten! Warum schießt ihr auf Banani? Seid ihr bescheuert, oder was? Banani, ich pass auf dich auf! Keine Sorge! So! Schießt ihr beide auf Banani, oder was? Habt ihr nicht mal einen Lacken am Zaun? Banani ist noch unten! Oh! Wow! What? Was passiert hier? Ey! Ich kann nicht bauen! Wer ist das? Wer bist du? Was willst du? Woher kommst du? Wie alt bist du? Sag mal deinen Lebenslauf! Aber lass mich in Ruhe! Uiuiui! Okay, ich hau ab! Ciao! Wir sehen uns! Wir sehen uns! Hau rein, Bruder! Ciao! Ja, du haust jetzt ab, ne? Ja, was soll ich sagen, Dicker? Das Ding ist, ich könnte jetzt ausrasten, ne? Bis zum nächsten Mal! Asprende称! Bist�w love you! Untertitelung. BR 2018